Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt ja manchmal Dinge, die hört man so und da gällt es einen in den Ohren. Da denkt man sich, das kann doch gerade nicht wahr sein, was ich da höre. Vor allen Dingen, wenn man es von einer bestimmten Person hört. Und so ging es mir jetzt neulich, als ich etwas gesehen, etwas gehört habe von Papst Franziskus. Ich bin jetzt kein Katholik, aber ich kann mir vorstellen, dass das, was Papst Franziskus da gesagt hat, auch für Katholiken sichtlich etwas war, wo sie nicht zugestimmen konnten. Papst Franziskus ist natürlich jetzt keine Persönlichkeit, die unrelevant ist, was das öffentliche Geschehen angeht. Aussagen messen sich ja eben oft an dem Bekanntheitsgrad einer Person. Und Katholiken ist natürlich, sie schauen auf das, was der Papst sagt. Aber auch für Nicht-Katholiken ist es sicherlich interessant, was er sagt, weil er eben eine Person des öffentlichen Lebens ist und weil er eben sehr bekannt ist. Und jetzt hat der Papst eine Aussage gemacht zu religiösen Inhalten. Und das fordert mich eben auch als Christ heraus, zu sehen, was macht er, was sagt er da. Und für mich gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit zu messen, was er sagt. Und das ist übrigens völlig unerheblich, ob er jetzt der Papst Franziskus ist oder ob es irgendeine andere Persönlichkeit ist. Ich muss es an der Bibel messen. Das ist der Maßstab für das, ob etwas, für die Frage, ob etwas Wahrheit oder Lüge ist, ob es falsch ist, ob es angenommen werden kann, auch wenn es vom Papst kommt, oder ob es eben vehement abgelehnt werden muss. Ich brauche eine Glaubensgrundlage, das ist die Bibel und daran misst sich eben alles. Und das wollen wir jetzt eigentlich auch mal daran tun, was der Papst sagt. Und wir wollen einfach mal durch diesen Beitrag hindurchgehen. Das ist natürlich, wer das gerne möchte, kann sich das auf den verschiedenen YouTube-Channeln der katholischen Kirche tun. Wir werden uns jetzt einen Abschnitt anschauen, wo Papst Franziskus zu Jugendlichen redet in Papanol-Guinea. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Es geht auch danach noch weiter. Aber das ist der relevante Ausschnitt, der, wie ich finde, doch es würdig ist, kommentiert zu werden. Ja, schauen wir uns das mal an. Und wir fangen mal an. Ja, das Erste, was er hier sagt, ist, er geht auf den interreligiösen Dialog ein. Und er ist davon beeindruckt, dass das hier so unter den Jugendlichen funktioniert. Offensichtlich waren da Anhänger mehrerer Religionen da. Und er wird auch gleich im Folgern noch klar machen, wie wichtig das ist. Und so weit, so gut. Und tatsächlich ist das wichtig. Der interreligiöse Dialog mit Andersgläubigen ist wichtig. Wir wollen auch als Christen auf Andersgläubige zugehen. Und über die unterschiedlichen Standpunkte, die wir in Sachen Glauben, reden. Das ist wichtig. Ich glaube, wenn wir aufhören zu reden, dann verfestigt sich da irgendwas. Weil wir denken, dass der andere das glaubt. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Ich merke das öfters, wenn man zum Beispiel mit Muslims redet. Das ist jetzt meine Erfahrung einfach nur, die ich gemacht habe. Da war es sehr ausgeprägt. Dass man gesagt hat, ja, ihr Christen glaubt doch das und das. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist ein guter Punkt. Das kann auch bei mir passieren, dass ich zum Beispiel bei einem Muslim oder Hindu oder Buddhist etwas denke, was er glaubt. Das ist aber auch gar nicht der Fall. Fragen, zuhören. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Übrigens auch zu anderen Christen, die vielleicht in der einen oder anderen Sache einen anderen Standpunkt einnehmen. Einfach mal fragen, zuhören und dann gut zuhören, dass wir merken, wo ist denn der Unterschied. Und das ist sehr wichtig. Und das ist sehr wichtig. Weil, wenn Sie beginnen zu kämpfen, meine Religion ist wichtiger als Ihre Meinung, meine Religion ist wichtiger als Ihre Meinung. Meine ist wahr, meine ist nicht wahr. Wo ist das wichtig? Weil, wenn wir anfangen zu kämpfen, zwischen uns selbst und sagen, meine Religion ist wichtiger als Ihre Meinung, meine Religion ist wahr, Ihre Meinung ist nicht wahr, wo ist das? Ja, jetzt wird es natürlich, jetzt fängt es an, kritisch zu werden. Was er jetzt sagt, okay, was wir nicht machen dürfen, ist zu sagen, meine Religion ist wichtiger als deine. Ich bin richtig, du bist falsch. Genau das sagt er jetzt. Und das ist eigentlich auch eine der Kernbotschaften, die hier Papst Franziskus sagt. Das dürfen wir nicht tun. Wenn ich allerdings jetzt in einen interreligiösen Dialog einsteige, also mit Andersgläubigen rede, dann werde ich doch ganz schnell merken, dass da Unterschiede da sind. Und ich finde dann doch, dass es genau die zentrale Frage ist, wer von uns beiden hat denn jetzt Recht? Wir können nicht beide Recht haben. Es kann sein, dass der andere Recht hat in einem Standpunkt oder es kann sein, dass ich Recht habe oder es kann auch sein, dass niemand von uns Recht hat. Aber einfach zu sagen, wir dürfen jetzt nicht sagen, wer hier rechtlich ist, das ist ein bisschen der Zeitgeist, in dem wir leben. Jeder darf glauben, was er will. Aber wenn ich davon ausgehe, dass es eine Realität gibt, dann bin ich an diese Realität auch in Glaubenssachen gebunden. Wie gesagt, ich kann nicht einfach glauben, was ich möchte. Es gibt eine geistliche Realität und an die bin ich gebunden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Muslim rede, dann werden da Unterschiede klar werden. Und dann ist tatsächlich die Frage, wer hat jetzt Recht? Wir wollen das natürlich tun, dass wir als Christen im Inhalt natürlich ganz klar bei der Bibel bleiben. Und ich denke auch, dass es dann dazu gehört, dass ich sage, ja, ich glaube, das, was die Bibel sagt, ist richtig. Das ist für mich als Christ der Maßstab. Und wenn du, lieber Andersgläubige, einen anderen Glaubensgrundlage hast und dir etwas anderes sagen, dann kann ich als Christ das nur an dem messen, was die Bibel sagt und dementsprechend auch verwerfen. Ich kann es nicht als die Wahrheit annehmen. Ich denke, das wird auch von uns gefordert, wenn wir glaubwürdig bleiben wollen, dass wir dann tatsächlich das auch einfordern. Und als Christ bin ich auch in meinem Gewissen gebunden in dem, was die Bibel sagt. Aber wir wollen das natürlich auch bei aller inhaltlicher Klarheit, und da werden sich Kontroversen auftun, wollen wir natürlich, was die Form angeht, die Art und Weise, wie ich mit Andersgläubigen rede, natürlich verbindlich, freundlich und respektvoll bleiben. Und natürlich ist das eine Herausforderung. Und da, wo ich merke, dass es vielleicht nicht mehr möglich ist, weil sich ein Gespräch aufwiegelt, dann ist es vielleicht an der Zeit gekommen, ein Gespräch dann doch erst mal zu pausieren, um nicht abzubrechen, zu sagen, ja. Aber dass wir eben diesem Gespräch mit Andersgläubigen auch als Christen einen klaren Standpunkt einnehmen, ich denke, das wird von uns gefordert, und da sind wir als Christen auch in unserem Gewissen gebunden. Wo wird es uns führen? Wer wird es uns führen? Wo wird es uns führen? Wer wird es uns führen? Er fordert jetzt eine Antwort ein, soll noch mal wieder antworten. Ja, und irgendjemand aus der Zuschauer-Menge sagt, ja, es wird dann zu Zerstörung führen. Und ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, es muss überhaupt gar nicht zu Zerstörung, es muss gar nicht zu etwas Negativen führen, sondern es führt gerade, es bewahrt uns, glaube ich, davor. Man hat einer, einmal hat jemand gesagt, gerade dann, wenn wir aufhören zu reden, führt das zu Gewalt. Und ich glaube, da ist was dran, ja, wenn wir aufhören zu reden, dann führt das erst zur Gewalt. Aber jetzt alles wischiwaschi, alles gleich machen, alles nivellieren, ja, das kann nicht der Weg sein für mich als Christ, der ich in meinem Gewissen, ich wiederhole mich, an die Bibel gebunden bin. Ja, alle Religionen, die es gibt, egal welche wir jetzt nehmen, sagt er, ist jetzt ein Weg zu Gott. Ja, er sagt, gut, du bist Muslim, du hast den Weg gewählt und der wird dich jetzt auch zu Gott führen. Du bist Buddhist, gut, das ist der Weg, der dich jetzt zu Gott führt. Du bist Hindu, gut, das ist der Weg, der dich zu Gott führt. Und du bist Christ, okay, gut, dann ist das dein Weg, der dich zu Gott führt. Das ist gerade hier das, was Papst Franziskus sagt. Aber die Frage, also es wirft ganz viele Fragen jetzt auf, aber die eine zentrale Frage ist doch, welchen Gott meinst du eigentlich hier? Ich weiß, dass es natürlich eine ganz beliebte Aussage ist, es ist doch derselbe Gott überall. Es gibt doch nur einen Gott, es ist doch derselbe Gott nur. Das hört sich ganz gut an, scheint irgendwie, das ist aber oberflächlich, hört sich das ganz gut an, ja, ist aber fundamental falsch einfach. Und ich glaube, jeder Angehöriger einer Religion, der sie wirklich auskennt, auch was Andersgläubige denken, der kann nur sagen, nein, das stimmt nicht. Definitiv beten wir nicht denselben Gott an, ja. Der Gott der Bibel ist eben nicht der Gott des Korans und der Gott des Korans ist eben auch nicht der Gott oder die Götter des Hinduismus. Da gibt es eklatante Unterschiede, ja. Und wenn ich jetzt eben in diesem Gespräch bin, ja, und ich rede dann darüber, dann geht es genau darum, wer ist denn dieser Gott? Und vor allen Dingen, was ist meine Beziehung zu diesem Gott? Wie sieht der denn überhaupt aus? Ist diese Beziehung intakt, ist die in Ordnung oder ist die gebrochen? Muss da vielleicht was geregelt werden? Und wenn ja, überhaupt, wie kann das geregelt werden? Das ist eine zentrale Frage, wenn es um die Frage der Sündhaftigkeit des Menschen geht, ja, wie kann das geregelt werden? Das ist zum Beispiel eine Sache, der Hindu ablehnen würde, ja. Er sagt, diese Sündhaftigkeit, das gibt es gar nicht und das Göttliche in uns und irgendwie werden wir alle zu Gott kommen irgendwann, ja. Der Muslim wird das akzeptieren, dass wir Sünden haben und dass diese Frage der Sünde auch irgendwie geregelt werden muss. Nur wie es dann geregelt wird, das ist dann eklatant unterschiedlich von dem, was ein Christ sagen würde. Ein Christ würde eben sagen, nur durch Jesus Christus. Und da merken wir schon, die Wege zu Gott sind überhaupt gar nicht irgendwie das Gleiche, sondern das, was der Gott, der Bibel, der Gott des Korans oder das, was die Bagattavita sagt eben, das ist eklatant unterschiedlich und das führt uns nicht zum selben Gott. Und das andere ist natürlich, was Papst Franziskus hier irgendwie macht, der sagt, das ist ja die ganzen Götter, ob du das Allah nimmst oder das, der akzeptiert die irgendwie alle, ja. Und als Christ weiß ich doch, 1. Timotheus 2, Vers 5, wir können uns das gerade mal angucken, weiß ich eben, dass es nur einen Gott gibt. Wir wollen das gerade mal angucken, 1. Timotheus 2, Vers 5, hier lesen wir es, denn Gott ist einer. Es gibt eben nur einen Gott und da ist die Frage eben, wie bereits gesagt, wer ist denn dieser Gott? Es gibt aber nicht mehrere Götter, sondern eben diesen einen Gott. Das ist auch etwas, was uns schon das Alte Testament geht. Wir gehen mal gerade in das fünfte Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4. Dort sehen wir, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und da ist nicht einer unter vielen, sondern es ist ein Einziger. Und das ist tatsächlich auch der Anspruch, den wir im Christentum haben. Es gibt nur einen Gott und da müssen wir uns auch fragen, wer ist denn der Weg zu diesem einen Gott? Wir gehen mal weiter im Video. Ja, jetzt macht der Papst Franziskus einen Vergleich. Das finde ich jetzt echt schon krass. Dieser Vergleich mit Sprachen. Wir wissen, man kann, was nämlich dieser Vergleich aussagt, ist nämlich das, dass es eigentlich zwischen den unterschiedlichen Glaubensrichtungen, die es gibt, keinen fundamentalen Unterschied gibt. Ja, das ist ja wieder eine Sprache. Ich kann etwas auf Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Lateinisch oder was auch immer aussagen. Ob es moderne Sprachen oder alte Sprachen sind. Ich kann den gleichen Inhalt unterschiedlich ausdrücken. Das sind Sprachen. Aber es ist immer noch dieser eine Inhalt. Und wenn ich sprachlich gewandt bin, dann schaffe ich das auch. Den einen Inhalt, dass mein Satz, egal ob er in welcher Sprache ausgesprochen hat, eben dieselbe, die gleiche Aussagekraft hat. Und diesen Vergleich zieht jetzt Papst Franziskus heran und sagt, ja, so ist das eben auch mit dem Moslem, mit dem Hindu, mit dem Christen und so weiter. Fundamental kein Unterschied. Das kann ich nur ablehnen, wenn ich die Bibel angucke und dann auch das vergleiche, was andere da sagen. Ja, das stimmt natürlich. Gott ist ein Gott für alle. In dem Sinne eben, dass Gott keinen Menschen per se ausschließt und sich nur einer privilegierten Gruppe zuweist. Und doch müssen wir fragen, wenn es diesen einen Gott gibt, ja, wer ist der Gott und was ist denn der Weg zu diesem Gott? Und ich finde, es ist ein sehr komisches Gottesbild, wenn man jetzt sagt, okay, dieser eine Gott, haben wir ja gerade eben gesehen, höre Israel, dein Gott ist ein Herr oder 1 Timotheus 2, Vers 5, Gott ist einer. Wenn dieser eine Gott, wenn dieser eine Gott jetzt dem Muslim sagt, hör mal zu, das ist der Weg, den du gehst, der ist aber eklatant anders, als er was zum Beispiel einem Christen sagt. Ein Muslim tut Dinge für sein Leben nach dem Tod. Ein Christ weiß, ich kann nichts tun, ich muss nichts tun, ich werde nicht durch eigene Werke errettet, sondern allein durch das Erlösungswerk von Jesus Christus. Das ist der eine Weg. Jesus Christus sagt selber von mir, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6 Niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg. Mohammed ist ein anderer. Und andere Propheten sind andere Wege zu demselben Gott. Sondern Jesus Christus sagt, ich bin der Weg. Und dann, da wollen wir gerade nochmal kurz in die Bibel reinschauen, dann gehen wir nochmal gerade in die Apostelgeschichte, Kapitel 4, auch ein wichtiger Vers. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und da lesen wir es auch. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter den Himmeln, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Das ist die klare Aussage der Bibel. Ja, exklusiv. Das stimmt. Aber es ist eben in keinem anderen Heil. Es ist nur dieser eine Name und das ist der Name Jesu. Das ist die Person Jesu, in der wir errettet werden müssen. Was sagte, was wird diesem Gefängniswärter in der Apostelgeschichte gesagt, der diese Frage hatte, was muss ich tun, um errettet werden? Wurde ihm dann gesagt, ja, du kannst zum Beispiel an den glauben, an den, an den, suchst die aus. Es liegt an dir eigentlich, an deinem Geschmack, was dir lieber ist. Nein, es wird gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Und das ist relevant. Denn entweder ist es dieser eine Weg und dann sind die anderen eben nicht. Und wenn ich einen anderen falschen Weg begehe, dann komme ich eben nicht zu Gott. Und dann merken wir das doch, wie relevant das ist, dass wir diesen Wischiwaschi eben nicht machen können. Alle Wege führen irgendwie wie Gott. Wenn wir auf einmal merken, die Bibel sagt aber ganz klar, es gibt nur einen einzigen Weg. Und das schließt alle anderen Wege aus. Was ist aber jetzt, wenn ich auf diesem einen Weg bin? Entschuldigung, auf einem der anderen Wege bin. Und eben nicht diesen einen Weg über Jesus Christus beschritten habe. Komme ich dann zu Gott, dem einen Gott an? Oder wie sieht das dann aus? Und da sollten wir doch auch als Christen das Interesse haben, die wir doch unseren Glauben auf die Bibel stützen. Da sollten wir doch das Interesse haben, auch unseren Gegenüber davon zu überzeugen. Nochmal, aber in einer der in der richtigen Form. In Höflichkeit, in Freundlichkeit, respektvoll. Und das sollte unser Interesse sein, weil wir einfach davon ausgehen, es gibt nur diesen einen Weg. Und das ist schon sehr befremdlich, muss ich sagen, wenn jetzt das vermeintliche Oberhaupt der katholischen Kirche, und er ist nicht das vermeintliche Oberhaupt, er ist der Oberhaupt, aber der vermeintliche sichtbare Stellvertreter Christi auf Erden, so etwas sagt, was den Worten des Herrn Jesus diametral entgegensteht. Gehen wir mal nochmal zurück in das Video. Und schauen wir uns das mal weiter an. Ja, das hört sich jetzt auch wieder sehr lieblich an. Das ist auch nichts Neues, das hört man auch nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in den evangelischen Landeskirchen und so weiter, dass die ganze Schar irgendwie als Kinder Gottes angeredet wird. Wir sind alle Kinder Gottes. Wir haben doch diese Beziehung. Genau etwas, was die Schrift nicht sagt. Wer einen anderen Weg als Jesus Christus beschreitet, der kann das nicht für sich beanspruchen. Der kann das nicht für sich in Anspruch nehmen. Und ich möchte es gerne auch nochmal mit einer Bibelstelle untermauern. Wir gehen in das Johannes-Evangelium, Kapitel 1. Und da schauen wir uns das mal an. Vers 11. Er wird von Jesus Christus geredet, der als das Wort in diese Welt kam. Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber es geht mir jetzt um die Verse davor. Erst wird hier von der Welt geredet, die ihn nicht kannte. Es wird von seinem eigenen Volk geredet, die ihn nicht aufgenommen haben. Aber dann kommt er so. Viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist das hier. Aufnehmen. Jesus Christus im Glauben aufnehmen. Und an seinen Namen glauben. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und dann geht es weiter. Die nicht aus Geblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern, das ist jetzt ein sehr relevanter Satz hier, aus Gott geboren sind. Um es kurz zu machen, was dieser 13. Vers heißt, ist, dass kein Mensch irgendetwas dazu tun kann, dass wir Kinder Gottes werden. Ja, unsere Verantwortung ist, dass wir Jesus Christus im Glauben aufnehmen, dass wir an seinen Namen glauben. Aber das, was hier beschrieben wird, in dem letzten Satz, dass wir aus Gott geboren worden sind, das trifft nämlich auf Kinder Gottes zu. Dadurch werden sie Kinder Gottes. Das ist etwas, was allein Gott tun kann. Er tut es anhand seines Wortes, der Bibel. Er wendet sie an quasi, dass wir durch die Bibel überführt werden von unserer Sündhaftigkeit. Mit der Sünde muss umgegangen werden. Gott tut das, aber dann schafft er etwas Neues. Gott ist kein Reformer. Gott ist nicht etwa jemand, der etwas an das Alte, Schlechte anknüpft, sondern er schafft etwas völlig Neues. Er gibt uns sein Leben. Dadurch werden wir Kinder Gottes. Dadurch haben wir eine lebendige Beziehung zu Gott und können ihn unseren Vater nennen. Das ist ja genau das, was Christentum ausmacht. Eine lebendige, persönliche Beziehung zu Gott als meinem Vater. Ich als Kind kann zu ihm kommen. Das macht auch das ganze Glück aus, was wir haben. Und das ist aber etwas, was durch Glauben und Annahme durch Jesus Christus kommt. Und dann eben auch das, was Gott in seiner souveränen Gnade tut, was eben nicht in meiner Hand liegt. Die Geburt, die Neugeburt, wie wir das in Johannes 3 eben sehen, ist etwas, was aus Gott ist. Er ist die Quelle. Er ist der Ursprung davon. Und das kann durch keinen Menschen beeinflusst werden. Wir gehen zurück zu dem Video. Wir sind gleich am Ende. Mein Gott ist wichtiger als dein Gott. Aber mein Gott ist wichtiger als dein Gott. Ja, wieder. Es geht nicht um mein Gott, dein Gott. Also mein Gott ist wichtiger als dein Gott. Wiederum. Ja, irgendwie. Es geht nicht dein Gott, mein Gott. Es geht um einen Gott. Und um die Frage, wer ist denn dieser Gott? Und ich finde es auch wiederum hier erschreckend, dass das einfach stillschweigend davon ausgegangen wird, dass irgendwie dein Gott, der ist da und mein Gott, ja, und dass irgendjemand glauben kann, was er möchte. Wir sind eben nicht frei, zu glauben, was wir wollen. Auch wenn das oft postuliert wird, oft gesagt wird. Es ist nicht der Fall. Wir sind gebunden, in unserem Glauben, an eine Glaubensgrundlage. Und als Christ ist das für mich das Wort Gottes, die Bibel. Ja, er wiederholt das eigentlich nochmal, sein Sprachvergleich. Und er bringt tatsächlich nochmal die unterschiedlichen Religionen mit rein. Der Übersetzer, glaube ich, übersetzt das nicht so ganz mit den unterschiedlichen Religionen, aber der Papst Franziskus sagt das auf Italienisch. Er bringt die Muslime, die Hindus und so weiter, bringt er rein. Das sind alles unterschiedliche Sprachen. Ja, wie gesagt, Sprache, das suggeriert, da ist kein fundamentaler Widerspruch. Das ist alles irgendwie gleich. Und die alle führen uns zu Gott. Wir haben das jetzt ausgiebig kommentiert. Ich sage da jetzt nichts mehr zu. Anders so? Ja, und damit sind wir eigentlich ans Ende gekommen, dieses Abschnitt. Er sagte hinterher noch, geht da weiter darauf ein, wie viel Mut es braucht, auch in diesem Dialog zu stehen. Das ist alles richtig und gut. Und dass wir auch in diesem Dialog zwischen unterschiedlichen Glaubensvertretern bleiben sollen. Aber das war der Aufschnitt, auf den ich mal Bezug nehmen wollte. Und ich möchte gerne noch, bevor wir zum Ende kommen, einfach auf zwei Sachen, auch gerade, wenn jetzt vielleicht Christen dieses Video sich anschauen, wie gehen wir um? Was sagt uns doch vielleicht die Bibel? Wie wir mit Andersgläubigen umgehen sollen oder auch die einen anderen Standpunkt annehmen? Ich möchte da ganz einfach nur zwei kurze Beispiele sagen. Ich habe ganz am Anfang schon gesagt natürlich, dass wir einen Standpunkt einnehmen. Und dass wir den auch nicht verlassen brauchen oder nicht verlassen dürfen. Ja, sonst machen wir es auch gar nicht glaubwürdig. Und dass wir das natürlich in der Form respektvoll und höflich und freundlich tun. Ich möchte aber ganz kurz nochmal erinnern an eine Situation, die wir in den Evangelien finden, und zwar in Johannes 4. Das fiel mir noch dadurch da auf. Johannes 4, Dort lesen wir von dem Herrn Jesus, wie er durch das Land gereist ist. Und er geht nach Samaria und er trifft eine Frau dort an dem Brunnen und es kommt ein Gespräch zwischen ihnen auf. Sie ist eine Samariterin. Sie hat durchaus nicht den gleichen Glauben, zumindest nicht 100% den gleichen Glauben wie Jesus Christus als gebürtiger Jude. Und ganz fast am Ende dieses Gespräches kommt das Thema zur Anbetung. Und die Frau sagt, ja, wir beten hier auf diesem Berg an, also in Samaria irgendwo. Ihr sagt, das muss in Jerusalem sein. Und das lesen wir jetzt hier in Vers 22. Ihr betet, ne, Quatsch, davor. Ja, er sagt hier, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Ja, also wieder die Frage, was ist denn richtig, ja, in Samaria anzubeten oder in Jerusalem. Und dann sagt Jesus ihr weiter. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater, sie hatte von Gott geredet, jetzt aber geht es um die Anbetung des Vaters, anbeten werdet. Und jetzt sagt Jesus, ihr ziemlich unbeverblümt, ihr betet an und wisst nicht was. Ja, ganz platt, sage ich es mal mit meinen Worten, du hast gar keine Ahnung, was du da gerade sagst. Aber wir, wir haben schon Ahnung. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden, ja. Jesus sagt nicht, weißt du was, ist doch egal, Hauptsache du betest irgendwie Gott an und ist doch egal, auf welche Art und Weise und wo und welcher Gott das ist. Jesus sagt, nee, hör mal zu. Wir wissen, was wir anbeten. Wir wissen das. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Ja, und das ist in der Art und Weise, wir wissen doch, wer Gott ist. Als Christ kann ich das Gleiche sagen. Wir wissen doch, wer Gott ist. Wir wissen, was die Bibel darüber sagt, welche Beziehung wir als Menschen zu Gott haben, nämlich eine gebrochene Beziehung, eine zerstörte Beziehung. Wir haben gegen Gott gesündigt, wir haben gegen Gott rebelliert und wir haben das ewige Verdammungsurteil Gottes verdient. Das wissen wir doch. Und wir wissen auch, dass das Heil, was das Heil ist. Tatsächlich, der Jesus Christus ist der Retter. Diese Frau kommt hinter zu dem Ergebnis, er sagt, dieser ist der Retter der Welt. Das haben wir erkannt. Ja, und das sagen sie später und das ist eine wunderbare Sache, die auch heute noch jeder Mensch erkennen kann, dass Jesus Christus tatsächlich der Retter der Welt ist, egal welche Hautfarbe jemand hat, egal welchen Glauben er im Augenblick noch annimmt. Jesus Christus ist der Retter der Welt. Und dann möchte ich gerne auf eine Situation eingehen, die wir in der Apostelgeschichte sehen. Apostelgeschichte 16. Ne, 17. Da lesen wir, haben wir eine Situation. Der Apostel Paulus ist auf seiner zweiten Reise sozusagen und er kommt in die Stadt Athen hinein und er geht auf den Areopark. Da treffen sich die ganzen Politiker und sie reden miteinander, was sie so Neues gehört haben, die Menschen. Und er adressiert jetzt die Menschen und sagt, Männer von Athen, Vers 22 hier, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Also erstmal eine positive Aussage. Er stößt sie jetzt nicht sofort vor den Kopf und macht ihnen klar, wie beschwert er eigentlich ist durch die ganzen Tempel, die er sieht, die ja alle Götzendienerei ist. Das wäre sicherlich jetzt der falsche Opener gewesen, um diese Männer jetzt hier anzureden. Und dann berichtet er von einer Begebenheit, die er hat. Da sagt er, Vers 23, Denn als ich umherging und die Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, fand ich auch ein Altar, an dem die Aufschrift war, dem unbekannten Gott. So, das hat er gesehen und der Kontext ist natürlich der, dass die Griechen, die hatten für jede Gottheit, die sie hatten, da haben sie ihren Tempel und ihren Altar und den haben sie geopfert und dann haben sie gedacht, naja gut, wenn jetzt da noch irgendein Gott ist, den wir nicht kennen, lassen wir vorsichtshalber den auch noch einen Altar bauen und dem auch Opfer bringen, damit wir auf der sicheren Seite sind. Durchgrund wegen falscher Gedanke, trotzdem nimmt der Apostel Paulus jetzt diesen Altar, der dem unbekannten Gott gewidmet war und er nimmt das quasi als Sprungbrett, um jetzt ihnen die Botschaft von dem einen wahren Gott zu verkündigen. Ich finde das eigentlich ganz wunderbar, wie der Apostel Paulus uns das hier vormacht. Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch und das tut er dann auch. Aber ohne Wischiwaschi wieder, ist doch wurscht, welchen Gott ihr hier anbetet. Ihr könnt auch Poseidon und Apollo und Dieke und Hermes und so weiter alle anbeten. Ist alles egal. Oder ihr könnt auch den Gott anbeten, den ich euch hier sage. Ne, das sagt er eben nicht. Er kommt ganz klar dahin, das heißt, es gibt nur einen einzigen Gott und ihr müsst sogar Buße tun. Ihr müsst gerettet werden. Tut nun Buße, ja, bedeutet, hat man Sinnesänderungen, dass dieser Götzendienst, den ihr hier betrieben habt, dass das falsch ist. Weil es gibt nur einen Gott und dann kehrt um. Und er gibt ihnen auch einen Grund dafür. Er sagt dir, was nämlich mal passieren wird, ist, dass dieser eine Gott, der hat einen Menschen, ja, bestimmt, das lesen wir jetzt hier, der Gericht ausüben wird. Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Einstehen, ich bin, ich war falsch, ich bin ein Sünder vor Gott. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus dem Toten aufwirkt hat. Und wenn der Name Jesus auch nicht fällt, ist es nicht schwer zu erkennen, dass genau Jesus Christus, derjenige, der am Kreuz außerhalb von Jerusalem schändlich hingerichtet worden ist, der aber dort an dem Kreuz in den drei Stunden der Finsternis auch von Gott gestraft worden ist wegen Sünden und dann eben am Sonntagmorgen auferstanden ist, dass dieser Jesus hier gemeint ist. Und er sagt, dieser Jesus wird einmal der Richter sein von allen. Das ist eine Wahrheit, die sagt die Bibel uns. Von allen Menschen wird er der Richter sein. Aber wie werden wir dann vor diesem Jesus erscheinen? Und das ist die Frage, mit der wir jetzt hier aus diesem Video rausgehen möchten. Wird Jesus dein Richter sein oder ist Jesus dein Retter? Ich höre ganz im Geist dieses Kapitels auf. Es gibt nur einen Gott. Dieser Gott ist heilig, dieser Gott ist gerecht. Unsere Beziehung zu diesem Gott ist gebrochen, aber sie kann wiederhergestellt werden. Und dazu gibt es den einen einzigen Weg. Von dem, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Wer Jesus Christus im Glauben annimmt, der erfährt Sündenvergebung. Der darf sich ein Kind Gottes nennen. Der kommt nicht in das Gericht. Johannes 5, Vers 24. Der darf wissen, Jesus ist mein Retter. Er hat die Strafe für meine Sünden auf sich genommen. Er, der Gerechte für mich, den Ungerechten, hat einmal für meine Sünden gelitten. Und Gott ist gerecht, dass wenn ich meine Sünden bekenne, dass er mich nicht noch einmal dafür ein zweites Mal strafen wird. Eine wunderbare Tatsache, die ich als Christ wissen darf und die mich glücklich macht und die wir alle, die wir sie kennen und schätzen, auch in diesem Sinne anderen weitergeben dürfen und wollen und müssen.